Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4 hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. Eine weitere Ausgabe Twiff, du wünschst, ich fahre steht an, unser Auto-Wunsch-Format hier im Let's Play. Und auch falls du einen Auto-Wunsch hast, dann klick dich mal in die Videobeschreibung, da gibt es ein entsprechendes Twiff-Formular. Darüber kannst du dann dir auch dein Traumauto wünschen. Viele haben das getan und haben sich gedacht, ja wir wünschen uns kein Auto, wir wünschen uns gleich einen ganzen LKW. Und zwar den Volvo Iron Knight, der schnellste LKW, der schnellste Truck der Welt. Und den werden wir heute ausfahren, den werden wir heute vor allem in der Serie erstmal ausfahren. Aber natürlich werden wir das ganze Ding auch nochmal ein bisschen tunen, gucken halt mal was geht. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein absolutes Monster. Ich meine, das sieht einfach optisch schon extrem geil aus, dieser Volvo. Aber ja, natürlich die Leistungsdaten sprechen auch nochmal für sich. Ich meine, wir gehen mal ganz kurz, ich glaube man muss es einfach auch als Zahl sehen, wenn ich das nur sage, reicht das nicht aus. Deswegen gehen wir mal ganz kurz hier drauf, dann sehen wir nämlich die technischen Daten. Leistung 1790 kW, das sind umgerechnet 2400 PS. Drehmoment 6000 Newtonmeter Drehmoment, das ist so krank. Ja, das Gewicht sind gerade mal nur 4,5 Tonnen, klar ist jetzt schon viel 4,5 Tonnen, aber für einen Truck ist das eigentlich wenig. Ja, wir haben einen 12,7 beziehungsweise 12,8 Liter Diesel V6 Quad Turbomotor. Das müssten glaube ich vier Turbolader sein, wenn mich nicht alles täuscht. Also, richtig krankes Ding auf jeden Fall. Und das Ding hat auch die Leistung ohne Ende und das fahren wir jetzt auch mal ein bisschen aus. Und ja, das Ding marschiert ja echt richtig brutal schon mal nach vorne. Huiuiuiuiuiuiuiui. Ja, ich glaube 200, äh, ich bin mir gar nicht mal ganz so sicher, 290, 270, also zwischen 270 und 290 kmh hat dieses Ding Topspeed. Also, richtig, richtig übel. Überleg doch mal einfach so eine Masse, so schnell zu bewegen. Es ist, es ist schon echt krass. Ja, als ich gehört habe, dass der Iron Knight hier ins Spiel kommt, dachte ich auch so, okay, kann man machen. Warum auch nicht? Warum? Kein LKW, ist doch geil. Ja, guck mal, wie das Ding durchmarschiert. Auf der Autobahn. Überleg mal, da kommt so ein LKW auf der Autobahn hier mit 290 Sachen anmarschiert. Krasser Scheiß. Krasser Scheiß. Ey, das ist schon heftig. Das ist schon echt eine heftige Nummer. 300 schaffen wir sogar jetzt hier. Zehnter Gang rein. Ey, das ist schon heftig. Ja, ist, ist oder zählt natürlich als Race Truck das Ganze. Und wurde natürlich zu einem Zweck gebaut, natürlich. Wirklich der schnellste Truck, der stärkste Truck der Welt zu sein. Und das ist definitiv gelungen. Und ja, viele haben sich natürlich den Maximalaufbau gewünscht. Die wollen natürlich wissen, was da so maximal geht. Ich kann euch aber gleich schon mal sagen, am Motor kann man nichts mehr verändern. Der ist tatsächlich hier auf der maximalen Ausbaustufe. Ja, der eine oder andere sagt, das ist vielleicht schade. 2.400 PS reichen die ja noch nicht. Aber ja, jetzt gucken wir mal, was wir sonst noch so dran tunen können. Wenn wir vielleicht ein bisschen Gewicht noch rausnehmen können oder so. Gucken wir einfach mal. Ich bin mal sehr gespannt. Aber das ist doch trotzdem eine heftige Geschichte. Wie das Ding hier marschiert. Überleg mal, jetzt hier aus dem Stand raus. Geht das Ding richtig nach vorne. Uiuiui. Aufpassen. Richtig krasses Ding. Ey, das ist so krass, wie schnell der einfach auf 250 ist. Ja, vom Leistungsgewicht ist dieses Fahrzeug ungefähr auf dem Niveau von einem Porsche 918 Spyder. Und das muss man sich mal vor Augen halten. Also da sind wir auf jeden Fall auf Hyper-Car-Niveau, was das Leistungsgewicht betrifft. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Ich feiere das richtig. Und ich glaube, ich würde sagen, wir fahren jetzt auch erstmal ein kleines Rennen. Da vorne haben wir direkt mal eins. In der Serie erstmal mit dem Ding. Um mal zu gucken, wie sich der Iron Knight so anstellt. Bevor wir dann gleich noch was dran verändern werden. Aber ich finde es geil, dass so Racetracks mit dabei sind. Wir haben ja auch den Mercedes-Racetrack mit drin. Und vielleicht kommt hier noch der ein oder andere. Aber klar, der schnellste der Welt, der darf natürlich nicht fehlen. Und ich finde gerade in so einer offenen Welt, warum nicht? Warum nicht? Also manche haben sich ja drüber eusophiert. Jetzt machen sie doch LKWs rein. Was soll denn das? Also ganz ehrlich, ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ist doch cool. Ich finde es cool, dass sowas mit dabei ist. Ist halt einfach mal was anderes. Man muss ja nicht die ganze Zeit damit fahren. Aber das einfach dabei ist, ist doch schön. So, da haben wir auch den Mercedes-Racetrack mit dabei. Und eben auch die Volvos. Und dann gucken wir mal, wie wir uns jetzt hier anstellen. Also wir schießen schon mal gut durch. Oh, ich glaube, ich habe den Schwierigkeitsgrad nicht angepasst. Weil ich habe für den wöchentlichen Forzaton, den ich noch kurz vor knapp abgeschlossen habe, im Sommer noch den Schwierigkeitsgrad runtergestellt. Dann ist es ein bisschen einfacher, den zu erledigen. Deswegen ist das natürlich jetzt kein Vergleich gegen diese Dreivartare. Aber dann machen wir vielleicht gleich nochmal ein Rennen. Gleich im Anschluss. Und dann natürlich wieder mit dem entsprechenden richtigen Schwierigkeitsgrad. Ein bisschen Herausforderung muss ja sein. Aber dass wir jetzt gewinnen, ist natürlich kein Problem. Hat mich in der Wiese auch gerade schon gleich gewundert. Warum ziehe ich mal auf den Geraden? So easy peasy an allem vorbei. Wir haben doch noch gar nichts getunt am Fahrzeug. Ein richtiges Geschoss, ey. Krasser Scheiß. Ja, der Motor ist ja auch der Motor, den man in den Unimog einbauen kann. Den haben wir ja auch in den Unimog mal schon mal eingebaut. Finde ich auch geil, dass man den Motor da in die anderen Trucks rein verfrachten kann. Aber hier gehört er natürlich rein. Das ist das Fahrzeug, in dem dieser 2400 PS-Lage Dieselmotor stammt. Einfach halt das Drehmoment ist halt einfach so heftig. Wäre halt geil, wenn man den Motor, ich weiß, es ist ein LKW-Motor, aber es wäre trotzdem mir egal, wenn man sich diesen LKW-Motor so in irgendwie so ein Pick-Up oder so, so ein Ford Raptor oder so reinbauen könnte. Das meint eher, wie wir das Ding abgehen würden. Wer weiß. Vielleicht gibt es ja das ein oder andere Auto hier im Spiel. Oder Pick-Up oder sonst was, wo man eben diesen Motor einbauen kann. Wovon wir noch nichts wissen. Oder vielleicht weiß ja der ein oder andere schon ein bisschen mehr. Aber ich glaube, nach jetzigem Stand ist es so, dass der Motor eben klangvoll, wo er selber drin ist. Eben für den Unibach kann man ihn einbauen. Und ich glaube, auch für den Mercedes-Racetruck ist er einbaubar. Ich finde es aber so heftig. Man muss sich immer noch vor Augen halten. Das sind immer noch viereinhalb Tonnen Gewicht, was man hier durch die Gegend fährt. Und das in so einer Affengeschwindigkeit. Ich garantiere euch, dass die meisten Menschen in Deutschland, die ein Auto besitzen, nicht mit 250 rumeiern können. Sondern da ist halt meistens bei wahrscheinlich 200 Schluss. Und ich weiß, viele von euch wahrscheinlich, die zumindest mal einen Führerschein haben und ein eigenes Auto haben, haben wahrscheinlich eher ein sportliches Auto, weil die Interesse um Autos größer ist. Aber wie viel, in Anführungsstrichen, normallos, sage ich mal, gibt es hier draußen, die eben halt, ja, von mir aus ein Polo fahren oder ein Corsa fahren oder sonst was fahren. Und die fahren halt dann ihre 180 Sachen oder 200, wenn man Glück hat. Und dann hat sich das. Aber das Ding fährt ich einfach mal, ja, wenn es gut läuft, 300 Sachen, ey. Und das Ding sind viereinhalb Tonnen. Also ich komme, ihr merkt, ich komme da nicht so ganz drauf klar. Ich finde es einfach so, waah. Überlegt doch auch mal, wenn so eine Masse einfach auf euch zukommt. Und ich meine, guckt euch einfach mal so ein LKW-Rennen an. Also diese Racetracks auf der Rennstrecke, wenn diese Mehrtonner da durch die Strecke ballern, durch die Kurve ballern, ich finde es einfach nur abnormal krank, ja. Muss man wirklich so sagen. So, gut, wir machen jetzt nochmal ganz schnell irgendein anderes Rennen. Äh, blub, blub, was machen wir denn? Vielleicht so ein kleines... Ne, komm, wir machen mal so ein Sprintrennen, einfach ganz schnell. Und dann tunen wir und machen wir da auch nochmal ein paar Rennen. Ich meine, viel kann man nicht tunen. Ich habe da im Vorfeld schon geguckt, aber ein bisschen was geht. Und der Herbst kommt in 60 Minuten. Ja, ich nehme gerade noch vor dem Herbstwechsel auf. Das wird auch schon eine Sommerfolge bekommen. So, äh, ja, das machen wir schnell. Und jetzt aber den richtigen Schwierigkeitsgrad. Wir wollen ja da ein bisschen Konkurrenz haben. Das war jetzt nur zum Aufwärmen gerade eben, ja. Völle Absicht, dass ich den Schwierigkeitsgrad niedrig gehalten habe. Ja, ich denke mal, den, äh, Mercedes, den Tankpool 24 Racing Truck werden wir sicherlich auch mal noch irgendwann... ...irgendwann bewegen. Aber, ja, im Zuge des Autorunschomats habt ihr euch eben für den Iron Knight entschieden. Und ich kann es euch auch nicht verdenken. Es ist halt auch mal was Geiles und mal was anderes. So, am Start kommen wir aber trotzdem ganz gut weg. Das könnte auch vielleicht daran liegen, dass wir halt einfach manuell selber schalten. Und dadurch vielleicht ein bisschen Vorteil auf den Geraden oder beim Beschleunigen rauskitzeln können. Im Vergleich zu den unschlagbaren Driver-Toren, die gar nicht so unschlagbar sind. Upsala. Ja, aber das Runterschalten soll ich auch nicht vergessen. Ich meine, auf der Bremse merkt man schon, dass man da eine krasse Masse, uiuiui, abbremsen muss. Ja, das Ganze, der ganze LKW ist heckangetrieben. Also die Vorderräder sind keine treibende Kraft, das muss man auch nochmal sagen. Aber im Prinzip ist eigentlich so viel Masse auf den Vorderreifen. Dass es das auch vielleicht gar nicht mal so unbedingt braucht. Oder überhaupt, die ganze Masse überhaupt des Fahrzeugs. Weil das war jetzt gerade ein Denkfehler. Die Masse müsste ja eigentlich eher auf den Hinterreifen liegen, dass es nicht durchdreht. Aber, okay. Vergessen, was ich gesagt habe. Aber die Gesamtmasse halt natürlich helfen da wahrscheinlich auch. Und ich glaube auch, wir haben extrem breite Schlappen hinten drauf. So, und der eine Treiber tat er vorne, dann zieht man wieder weg, wie immer. Immer dieser eine, der irgendwie sich von der ganzen Gruppe trennt. Ist so ein, ja, schon immer ein Vorzahler so gewesen. Es gibt immer drei, drei Vatare, die vorne wegfahren. Und einer der dreien, der ist nochmal ein bisschen krasser. Gut, dass wir die anderen zwei schon mal hinter uns haben. Ja, und wir haben ein bisschen schneller als der Rest vom Fest sind. Er muss halt diese Masse echt ein bisschen mit einberechnen. Also gerade beim Anbremsen. Aber ich finde es trotzdem heftig, wie schnell man einfach um diese Kurven ballern kann. Und vor allem auch, wir fahren hier so berghoch, wie wenn es nichts wäre. Ich glaube, jeder, der schon mal ein etwas schwereres Auto bewegt hat, weiß, ja, was Gewicht doch tatsächlich ausmacht. Leistung ist schön und recht, aber Masse ist halt nochmal so eine andere Geschichte. Mach ich da Kontakt, das muss aber sein. Und er hat es ja Vollgas durch. Ah, ich finde das ewig geil. Ich feiere es richtig in diesen Trucks. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da auch mal eine Multiplayer-Ausgabe haben werden, wo wir wirklich mal so ein paar Truck-Races machen. Bäm, da haben wir auch gewonnen. Wenn es auch knapp war am Ende, aber wir haben gewonnen. Immerhin, immerhin, immerhin. Sehr cool. So. Da gibt es ein bisschen Kohle nochmal. Und dann gehen wir jetzt schleunigst zurück und dann tunen wir doch mal ein bisschen. Gucken wir mal, was wir ändern können. Wie schon gesagt, leider nichts an der Leistung. Aber ich glaube bei 2400 PS nochmals zum Wiederholen, 6000 Newtonmeter Drehmoment, ist das glaube ich auch okay. So. Ja, komm, wir gehen einfach zu der Hütte, wo wir gerade sind oder in der Nähe sind. Und gucken nochmal, was wir denn jetzt hier so ein bisschen verändern können. Ich finde, das sieht auch extrem geil aus, durch dieses, ja, ich sage jetzt mal dieses Bodykit, durch diese Verkleidung. Schon, schon, schon ein böses Ding. So. Individuelles Upgrade. Und dann gucken wir nochmal. Also, wir könnten auf ein Allrad umbauen, wobei da ich echt sagen muss, ich weiß nicht, ob wir das wirklich bräuchten bei dem Fahrzeug. Ob der wirklich ein Allrad braucht, weil der schiebt eigentlich so richtig gut an. Und deswegen, ich weiß nicht, beschleunigt er auch schneller, ja, ist ein bisschen schneller angeblich. Ja, Topspeed nimmt ab. Das liegt daran, dass das Getriebe dann auch verändert wird. Das kann man ja dann wieder einstellen. Da müssen wir uns nicht irritieren lassen. Das ist jetzt echt eine gute Frage. Das ist echt eine gute Frage. Aber was wir vielleicht noch schnell machen könnten, bevor wir weiter tunen, das reizt mich jetzt auch gerade ein bisschen. Wir gehen mal ganz kurz noch in Forza Vista Modus. Gucken mal, was wir denn so alles am Fahrzeug inspizieren können oder wegmachen könnten. Wahrscheinlich geht da nicht so viel. Aber ich will es jetzt doch nochmal zur Sicherheit wissen. Kann man den Motor überhaupt anschauen? Nicht so richtig, ne? Man kann nicht näher ran, aber gut. Er wird einem ja auch eigentlich fast schon ins Gesicht geworfen. Beziehungsweise kann man hier vorne vielleicht was hochklappen oder so. Nee. Okay. Schade. Aber wir können ja mal auf dem Beifahrersitz sitzen, weil da hat man ja auch nochmal eine ganz andere Sicht auf das Ganze. Und da erkennt man ja auch schon, dass das halt auf jeden Fall ein absoluter Racetrack ist. So die ganzen Instrumente, die wir ja hatten. Auch diese, ja, Rennschalensitze und so weiter. Ja, ist schon ein perverses Gerät. Und überhaupt so ein Ding zu fahren, ey, das muss einfach mega krass sein. So, jetzt aber nochmal weiter. Nee, ich würde mal auf Allrad verzichten tatsächlich. Ich glaube, das braucht es eigentlich nicht. Ähm, ja, die Forza Aerodynamik machen wir mal dran, auch wenn die Lasche jetzt nicht unbedingt das Geilste ist. Aber ich glaube, das Fahrzeug, dem schadet es nicht ein bisschen Aerodynamik dazu zu machen. Wie zum Beispiel so ein massiver Heckflügel nochmal hinten dran. Das sieht einfach so geil aus. Ja, machen wir mal. Dann, Reifen können wir vorne von 315er Reifen, die richtig schmal aussehen, können wir 345er Reifen machen. Und das sieht immer noch so schmal aus bei dem Fahrzeug und das ist trotzdem so krass. Und hinten haben wir schon 495er Reifen und können auf 515er Schlappen gehen. Alter, das sind ja richtige Walzen. Aber geil. Ja, Felgen würde ich lassen. Die LKW-Felgen, die passen ja perfekt zum Fahrzeug. Wir könnten die Kupplung noch ändern und wir könnten nochmal Rennbremsen, bessere Bremsen. Okay, und das war es, glaube ich. Wir könnten noch Offroad-Federung, das wollen wir aber nicht. Also viel mehr, wie ihr seht, können wir gar nicht ändern. Und deswegen sage ich auch, also ich glaube, der Allrad ist eigentlich unnötig bei einem Fahrzeug. Das Ding hat so viel Grip. Jetzt durch die zusätzliche Aerodynamik müsste das Ding ja nochmal krasser um die Kurven schieben. Wir gehen trotzdem mal ganz kurz ins Feintuning. Würde ganz gerne ein bisschen da was rausnehmen. Und bei der Aerodynamik, ich würde ganz gern aber mal echt volle Aerodynamik fahren. Weil mich interessieren würde, wie schnell das Ding um die Kurven gehen kann und wie viel Anpressdruck wir erzeugen können. Ich meine 600, boah. Top Speed ist immer noch bei 286,7 angegeben. Das ist schon eine Ansage. Der Rest, ähm, ja, würde ich erstmal ehrlich gesagt sogar lassen. Ähm, bin jetzt gerade am gucken. Vielleicht hinten das Stabi ein bisschen, bisschen härter. Ich meine, das ist ja schon super weich eingestellt. Ein bisschen würde ich da vielleicht doch noch was verändern. Ansonsten lassen wir das erstmal. Er hat ein komplett gesperrtes Diff, sehe ich gerade. Oder habe ich gerade gesehen? Okay, ja, wir lassen das einfach mal so. Es hat sich ja gut gefahren in der Serie. Warum sollte das jetzt schlechter werden? Ah, das sieht so geil aus, ey. Ha! Da fahren wir hier gerade mal die paar Kurven ab. Ey, wie das durchzieht, das ist echt krass. Uiuiui. Er fliegt förmlich eigentlich so ein bisschen über den Asphalt. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt mal noch ein Straßenrennen. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch auf jeden Fall ein Straßenrennen. Denn da hat man ja nicht nur Konkurrenz aus der eigenen Klasse, sondern wirklich aus allen Klassen. Gut, man könnte natürlich bei den anderen Rennen auch einfach Anything Goes einstellen, dann hätte man das auch. Aber trotzdem, ich will jetzt mal so ein Straßenrennen machen. Überleg mal, so ein illegales Straßenrennen nachts, ja. In Vorsicht vor der Polizei. Und dann kommst du einfach da so an mit dem Racing Truck und sagst so, wir wetten um die Fahrzeugpapiere. Und wenn der andere nicht will, dann kickst du ihn einfach weg vom Feld. Genau, das werde ich jetzt einfach tun. Scheiß drauf. Kopf hier in den Weg, ich ramme euch weg. Alles, kein Problem. Ja, mach mal Platz hier, dankeschön. Geil. Ja, durch die zusätzliche Aerodynamik ist er halt tatsächlich nochmal ein bisschen... bisschen wendiger, bisschen schneller in den Kurven. Ich meine, guckt euch mal diesen Heckflügel an. Also ich meine, das ist ja... Ist ja nicht zu verachten. Also das ist ja ein Heckflügel, wie so ein Trackstar eigentlich schon fast hat. Oder noch größer eigentlich. Upsala. War da was? Glaub nicht. Eine Fliege. Fliege auf der Windschutzscheibe. Jetzt will sich der Mustang der echte reindrücken, ey. Das gibt's ja nicht. Ja, mal runterschalten muss ich noch ein bisschen... bisschen mehr so Formel-1-Style anwenden. Bisschen mehr runterschalten. Und dann nämlich zu Off-Bandum rausbeschleuntern eben zu hohen Gang fest. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie nochmal rankommen können. An die... Ja, okay, da hätte ich schneller durchfahren können. Sorry. Wui, 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 wui Ja, mit dem LKW entdeckt man neue Wege zu fahren und so sind wir erst da Miliwoi Mütters Fall für den Moment Es macht mega lautes Ding zu fahren, ey Mega geil Ich fahre das richtig Ja, haben wir gewonnen. Mit dem LKW. Oder mit dem Truck, besser gesagt. Einfach nur genial. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal ein Rundkursrennen, oder? Ein Rundkursrennen ist mal was anderes. Da vorne haben wir ja direkt mal eins. Da fahren wir doch da mal einfach hin. Ja, mit Handbremsen wollte ich jetzt eigentlich ein bisschen nur quer hier rum. Aber da hat sich zwar zu genau ein bisschen mehr ein Gerät, als gedacht. Wir können ja kurz mal auf die Telemetrie schalten. Wie viel Ladedruck da eigentlich anliegt? 3,4... 4,05 Bar. Boah. Okay, das ist eine Ansage. Dat ist eine Ansage. So, dann machen wir doch jetzt grad mal. Anything goes. Alles erlaubt. Jawohl. Offen. Und was ist hier eingestellt? Ja, das passt alles. Blaupaus erstellen. Und auf geht's. Boah, das ist heftig. 4... Ja, aber gut, klar. Irgendwo muss ja die Leistung herkommen, weil ich glaube, die Basis ist ein knapp 500 PS starker Motor. Und wir haben einfach mal fünfmal so viel Leistung. Das ist schon eine absolute Ansage. Also das ist auf jeden Fall ein absolut hochgezüchteter Renn... Dieselmotor. Was süß, fast nur Hot Hatches mit dabei. Irgendwie habe ich wieder eine Fliege auf der Scheibe. Habe ich irgendwas gespürt? Irgend so ein kleiner Widerstand. Nee, wie gesagt, Allrad halte ich für absolut unnötig hier bei dem Fahrzeug einzubauen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Allrad hier wirklich nennenswerten Vorteil bringt. Außer vielleicht im Winter könnte ich es mir vielleicht vorstellen, wenn man dann im Schnee oder auf dem Eis fahren möchte. Aber sonst eigentlich nicht. Ehrlich gesagt. Das Ding zieht dann so viel Drehmoment und alles so gut durch. Und wir haben eigentlich kaum durchdrehende Räder. Also da muss man es eigentlich schon wirklich drauf anlegen. Ich finde es halt nur lustig, wie hoch man halt einfach sitzt in der Cockpit-Sicht. Das ist einfach so ein ganz anderes Fahrt. Oh, das war nicht gut. Jetzt versucht man immer den Schwerpunkt so tief wie möglich zu legen. Ja, hier. Wird's schwierig. Aber mal einen guten Überblick. Das muss man sagen. Man sieht nicht nur den Vordermann, man sieht auch die zehn Leute noch davor. Da hat sich jetzt wohl gerade ein bisschen der andere reingedrückt. Das hat man dann doch auch ein bisschen gespürt. So, gucken wir mal, ob wir da nochmal rankommen an die vier Herrschaften da vorne. Die sind gerade ein bisschen weggezogen. Das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Komm, komm, komm. Auf, auf, auf. Ah, hier, die Kuh verkacke ich schon wieder. Hat hier, müssen wir doch so viel Schwung mitnehmen. Ja, vielleicht soll ich doch mal wieder in der Außensicht fahren. Ist ein bisschen angenehmer, dieses Fahrzeug zu bewegen. Ja, Rundkurs ist schwierig gegen so kleine PKWs, die halt auch deutlich weniger Masse bewegen müssen. Aber dennoch, ey, dieser Durchzug, das ist einfach nur heftig. 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 Ja, leider nur der fünfte Platz hier in dem Rennen Hier und da ein paar Fahrfehler weniger Dann hätte es vielleicht ein bisschen besserer Platz sein können Aber trotzdem, in so einem Ja, engen Rundkursrennen Trotzdem noch gegen, ja, solche Kleine Hot Hatches und Sport Coupés Zu bestehen Das spricht auf jeden Fall nicht gegen Den Iron Knight Einfach nur heftig Ich würde sagen, zum Abschluss der Folge Machen wir nochmal einmal ein Truck Race Und, ja, ich würde sagen Das machen wir einfach mal in Edinburgh Oder Edinburgh Ähm, und Ja, einfach, dass wir da nochmal so ein bisschen zu eng Durch die Häusergassen gefahren sind Machen wir mal eine Schnellreise dahin Dann machen wir nochmal ein Truck Race Und da bin ich sehr, sehr gespannt Wie sich das Ganze hier so fahren lässt Und wie das vor allem ausschaut Wenn so ganz viele Trucks hier Unterwegs sind Durch die Altstadt So Starten wir das Ganze Wow Wow Was für eine Scheißaktion war das jetzt gerade Egal Ja, gut Jetzt sind wir noch im Rennen Ja, Vorsicht Man sieht halt gerade nicht so viel In der Stadt Aus der Perspektive Aber Jetzt gucken wir mal Überlegt mal Ihr wurdet in so einer In der Großstadt Und dann heißt Ja, wir sperren jetzt mal die Straßen Weil wir machen jetzt ein Rennen Durch die Stadt Und dann fragst du Ja, was fährt denn da Formel E Oder was fährt denn da Irgendeine Stadtrallye Oder was ist denn das Ja, nö Wir machen mit Race Trucks Fahren wir da Wir haben so 2000 PS Wir machen jetzt ein bisschen Lärm Dann scheppern die da durch die Stadt Und wenn sie sich verbremsen Dann nehmen sie gleich mal Eine komplette Hauswand mit Ja, überlegt mal So ein LKW Wenn der sich mal voll verbremst Und voll gegen die Auswand klatscht Ich glaube Da könnte mehr als nur der LKW Ein bisschen kaputt sein Da ist glaube ich auch die Auswand Zerstört Uh Brandstein wurde jetzt ein bisschen Ein bisschen Auf dem Bürgersteig Wurde ein bisschen instabil hier Oh, mit Schlussspurt Wow Jetzt wieder rum Das hat ihnen jetzt aber mehr Spur gekostet Und dadurch haben wir Jetzt auch eine komfortable Führung direkt Und ich dachte ich Das gibt jetzt so einen Sprint bis hierhin Aber Dann halt nicht Dann nehme ich natürlich den Sieg Sehr gerne geschenkt an Beim großen Preis Beim großen Truck Race Grand Prix In Edinburgh Mega geil Das macht richtig Spaß Also ja Vielen, vielen Dank Auf jeden Fall Dann alle Die über das Twiff Formular Sich diesen Volvo Iron Knight Gewünscht haben Also das hat mir Wirklich eine richtige Freude bereitet Und ich hoffe Euch hat es auch eine Freude bereitet Diese Folge Leider sind wir schon wieder Am Ende Dieser Ausgabe Falls dir Die Folge aber gefällt Gefallen hat Ich sag es an dieser Stelle schon mal Gerne, gerne Ein Däumchen nach oben da lassen Da würde ich mich Definitiv Darüber freuen Aber Ja zum Finale Drehen wir noch einmal Am Rad Und guck mal Was wir gewinnen Oh guck mal Wir hätten fast den Mercedes Truck Gewonnen Das wäre ja was gewesen Aber Es wird tatsächlich Eine rote Kinderuhr Was ich auch extrem Irgendwie cool finde Es hat so ein bisschen was Eine Kinderuhr Es hat so ein bisschen was Von Iron Man 3 Oder Es war zwar glaube ich Keine rote Uhr Aber es war auf jeden Fall Eine Kinderuhr Ja finde ich schon cool So Nichtsdestotrotz Wir sind raus Vielen Dank fürs Einschalten Und ich würde mich freuen Wenn du auch das nächste Mal Wieder mit dabei bist Bis dann Macht's gut Tschau Wuuuuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Vielen Dank.